Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal. Und ihr könnt schon sehen, wie zocken wir denn eine Runde Anruf 14.4. Ja, oder? Ja, P. Ja. Wir sind immer noch im Wolfshafen, wir haben immer noch keine Schiffe. Aber ich hoffe, wir haben hier noch ein paar platte Sprüche. Dann müssten wir hier noch einige finden. Ja, ja, komm. Oh, der braucht immer noch, ja, Alter, darauf zu stressen. Ja, wie ihr seht, immer noch kein einziges Schiff hier. Es ist einfach zum Verrücktwerden. Wie will ich hier, Eddie, auch den Rest der Karte mal erkunden. Und fragt mich, weil ich denn neue Gebäude sind zum Bau verfügbar. Ja, was denn? Kirche haben wir, Dorfbrunn haben wir. Ja. So ein Schmarrn. Und ja, wir haben wieder das altseits bekannte Problem. Ich komme nicht nach rechts. Okay, da will auch niemand hinkommen. Zumindest, wenn man nicht bei der FDP in Thüringen ist. Ha! Die haben sich ja wirklich einen Bock geleistet. Ja, aber na ja. Wie sieht es hier aus? So, hier erstmal wieder ein bisschen für Holz gesorgt. Die sieht bestimmt genauso aus. Nee, hier ist ein TS-Markthäuschen. Ich glaube, ich müsste hier hinten auch nochmal eins hinbauen. Weiß was, das mache ich jetzt mal schnell. So, das mache ich jetzt hier. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So, Geld können wir ja ruhig ausgeben. Wir haben ja immer noch plus 40. Das Geld sieht auch sehr, 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 sehr gut aus. Ja. Das einzige, was gut ist, ist... Es gibt hier eigentlich gar nichts Gutes. Äh, Katastrophe. Katastrophe. Ja, aber na ja. Eine Frage kennt ihr eigentlich, äh, wisst ihr was groß, äh, gelb, was groß und gelb ist und kann nicht schwimmen? Ein Bagger, wisst ihr auch warum? Er hat nur einen Arm. Ha! Äh, so platt wie das ist es auch hier gerade bei der Spielweise. Äh, also, ich muss sagen, so von oben sieht die Grafik ja immer noch recht gut aus. Und auch, wenn man so ein bisschen näher rangeht. Aber wenn man jetzt ganz nah rangeht, äh, da sieht man schon... Unsere Häuser sind die schönsten von allen. Bitter habe ich gerne gemacht. Blöde Kuh. Ich wurde extra dafür, äh, trainiert von Tine Wittler. Müsst ihr ja jeder noch kennen, ja? Das ist die Dicke, die in den Buden reingeht. Kauft, Leute, kauft! Also, ich spreche mir nicht ins Wort und dein scheiß Fisch kaufe ich eh nicht, Alter. Das stinkt doch sowieso. Das habe ich mal gelesen. Ich glaube, in so einem Asrix-Comic, wer das noch kennt. Ich glaube, da werden sich jetzt so, wie ich, die 27-jährigen alten grauhaarigen Schnauze... Außerdem, warum redest du Englisch? Äh, ach. Ja, wie gesagt, Leute, kauf! Nö. Nö. Ah ja, dein scheiß Koppel eh nicht. Was auch eh nur geklaut bei, äh, zählend. Greif zu, solange der Vorrat reicht! Ich greife auch öfter so. Aber na ja, das ist nicht so ganz jugendfrei, wo ich gerne zugreife. Aber ich greife jetzt erstmal zu meinen kleinen Energy. Schon wie in der Lager voll, sag mal. Alter, Katastrophe. Na dann, hier, komm. Eins. Zwei. Kotzt mich das an. Katastrophe, ey. Ja, was gibt's denn hier? Gratulation. So, äh, da, 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 da. Oh. Alter, ich will endlich mal ein scheiß Schiff haben. Ja, hier, du. Meine Schiffe bringen mir regelmäßig Nachricht von seiner Majestät dem Kaiser. Ja, Alter, ich will ja auch ein eigenes Schiff haben. Äh. Nein, Status, Alter, deinem. Äh. Ey, das ist doch scheiße. Also, ich hatte ja manche, äh, Runden hier gehabt. Da hatte ich ein eigenes Schiff. Das hieß, hieß Möwe. Ganz ehrlich, Leute. Wenn ich irgendwann mein eigenes kleines Ruderboot habe, heißt das auch Möwe. Wie nicht lustig, Möwe, ey. Boah, die guckt immer nur depressiv rein. Oh, ja. Na dann hier, äh. Ich kann hier aber auch nicht wirklich was anbauen, Alter. Ich fühle mich manchmal, wie Michel Manusakis, ey. Zum Nix tun verdonnert. Das neue Buch. Oh, Alter, ey. Ey. Bitch. Endlich. Äh. Oh, nee. Zwei. Drei. Vier. Zwei. Wow. Da habe ich ja echt viel geschafft, Leute. Ich bin... Das ist so geil, ey. Ich könnte das am liebsten mit mir selbst machen. Nee, könnte ich nicht, ey. Alter, was habe ich denn hier wieder für... So, da komme ich nur bis hierhin. Da bräuchte ich jetzt hier so ein kleines scheiß Markthäuschen. Das müsste ich hier irgendwo noch hinknallen. Das ist doch... Das ist doch eine Katastrophe. So, jetzt habe ich das hier hingeknallt. Jetzt kriege ich... So. Wehe ich noch ran. So, und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Land. Ja. Bist du dumm. Bist du denn gebbert? Knapp an Werkzeug? Ich verkaufe euch gerne etwas von meinen Vorräten. Wie schön, euch wiederzusehen. Alter, willst du mich verarschen? Junge, ich brauche jetzt... Äh, äh... Ah! Ich glaube, das Ding will mich trollen. Dieses Scheißspiel will mich echt trollen. Ey, wisst du was? Ey. Äh. Die wollen mich hier doch alle verarschen. Das ist doch eine reine Verarsche. Hier. Kein Schiff und Reichweiter. Da steht es sogar mehrmals. Äh, ey. Ey. Alter. Die wollen mich doch hier rollen. Die wollen mich doch hier alle nur verarschen, ey. Wisst du was? Ähm. Ja. Ähm. Okay. So kann man es auch machen. Wisst du was? Ich beende hiermit die Aufnahme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.